unser schmetterling sieht jetzt schon wieder wesentlich farbenfroher aus was ich jetzt allerdings noch ändern möchte sind diese schwarzen linien und zwar möchte ich diese nicht einfach wie bisher mit einem gleichmäßigen farbton da füllen wie wir es bereits kennen gelernt haben sondern ich möchte genauso wie den hintergrund diese linien ebenfalls mit einer textur also mit einer farbtextur versehen und das ganze eben überzeichnen und nicht einfach nur auffüllen und das alles aber so dass ich diese schwarzen linien nicht neu zeichnen muss sondern die wirklich erhalten bleiben wie kannst du das aber schaffen wie so oft gibt es im digitalen bereich mehrere lösungsmöglichkeiten und zwar in diesem fall mit verschiedenen ebenen masken in procreate gibt es davon drei arten von masken eine alpha sperre die normale ebenen maske und die sogenannte clipping maske masken helfen im allgemeinen dabei bestimmte bereiche deines bildes zu schützen beziehungsweise zu sichern während du andere bereiche bearbeitet ist also ähnlich wie wir es mit der ebenen sperre hier im menü hatten dass du nicht aus versehen etwas ändert nur eben dass ich hier die masken nicht auf eine komplette ebene sondern eben auf bestimmte bild bereiche und ebenen bereiche beziehen in dieser lektion zeige ich dir deshalb wofür und wie genau du die alpha sperre verwenden kannst die restlichen maskentypen erkläre ich dir später die alpha sperre ist die einfachste der drei maskenarten du erstellst sie indem du eine ebene mit gezeichneten elementen auswählst also in unserem fall jetzt hier die linien ebene einfach indem du darauf klickst und dann tappst du noch einmal darauf und wählst hier die alpha sperre aus oder aber was du auch machen kannst ist dass du eine geste verwendest indem du zwei finger wieder nimmst jetzt aber nicht nach links für die ebenen option sondern eben nach rechts so kannst du deine alpha sperre deaktivieren aktivieren dass diese alpha sperre aktiviert ist siehst du an dem kleinen vorschaubild denn da sind jetzt ähnlich wie hier im hintergrund schwarz weiße kästchen vorhanden das heißt der hintergrund ist hier transparent der ebene und transparenz ist hier auch ein sehr sehr gutes stichwort denn alpha sperre bedeutet einfach dass die die transparenzen der jeweiligen ebene ignoriert das soll heißen alles was du auf der ebene gezeichnet hast das sind deine sogenannten alpha elemente die werden jetzt gesperrt so dass du wenn du jetzt wieder auf dieser ebene zeichnest du nicht über diese alpha elemente hinaus zeichnest und das ist genau das was wir für die schwarzen linien unseres schmetterlings auch haben wollen denn so kannst du jetzt hingehen dir einen beliebig großen brush zb trotzdem den fresco brush noch nehmen und dann eine beliebige farbe auswählen dann kannst du einfach hier mit der alpha sperre über deine linien zeichnen schöne texturen einfügen und das ohne angst zu haben oder angst haben zu müssen dass du hier deine linien zerstörst wenn du die alpha sperre hingegen wieder entfernen willst und vielleicht deine linien erweitern möchtest während des prozesses dann wähle einfach hier die ebene noch mal aus und wische wie gesagt mit den fingern noch mal nach rechts dann verschwindet hier auch das schwarz weiße muster und du kannst wieder außerhalb dieser linien zeichnen wenn du soweit bist hast du auch schon dein zweites projekt in der zweiten variante fertiggestellt wenn nicht nimm dir noch mal die zeit erst wenn du wirklich selbst die dinge ausprobiert lernst du die lektion auch wirklich ansonsten zeige ich dir in den restlichen lektionen dieses abschnittes jetzt noch was du mit deinem fertigen bild anstellen kannst